Kian, grüß dich. Grüß dich, Philipp. Ich meine, die Familie Rothschild ist dir wahrscheinlich bekannt. Aber selbstverständlich. Weißt du, woher die Familie Rothschild eigentlich kommt? Ich meine, aus Frankfurt, oder? Richtig, kommt aus Frankfurt. Da gibt es auch noch das Haus und so, das kann man alles sehen. Da kommen einige, das ist natürlich alles reiner Zufall, einige sehr mächtige Weltbanker-Familien kommen aus Frankfurt ursprünglich und waren teilweise sogar Nachbarn oder ganz in der Nähe des Hauses mit dem roten Schild. Das war das Haus mit dem roten Schild. Und diese Familie, die heißt eigentlich Bauer, die Familie Rothschild, und wurde dann zu Rothschild. Und da war ein roter Davidstern drauf, auf diesem Schild. Würdest du sagen, dass diese Familie heute noch eine höhere Signifikanz hat? Mit Sicherheit, obwohl sie, was so Medienpräsenz angeht, relativ verdeckt ist, unabhängig von jetzt in letzter Zeit YouTube und Twitter. Es gibt ja so einen alten Spruch vom französischen Philosophen Voltaire. Der wird aber auch unterschiedlichen Leuten nachgesagt. Oder es wird gesagt, dieser Spruch ist gar nicht von ihm. Und der geht so, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, achte darauf, wen du nicht kritisieren darfst. Ich denke, damit ist die ganze Welt erklärt. Heute wollen wir aber jetzt nicht mal direkt über die Rothschilds oder was die für einen Einfluss haben. Ich denke auch, dass die einen extrem mächtigen Einfluss seit vielen hundert Jahren haben, was das Bankengeschäft angeht und grundsätzlich angeht. Aber es gibt ja auch die Maximen des Barons Rothschild. Warum Baron? Die haben sich irgendwann oder wurden irgendwann selbst mal in den Adeltum gehoben. Ich glaube, man sagt in den Adel gehoben oder berufen. Also das ist ja bei vielen Adelstiteln so, so wie der Sir-Titel oder zum Ritter geschlagen werden in Großbritannien, damals durch die Queen, wurden die Bauers, die dann zu Rothschild wurden, auch irgendwann zu den Baronen Rothschild. Und da gibt es die Maximen des Baronen Rothschild. Und was man auch vielleicht im Zweifelsfall Negatives der Rothschild-Familie nachsagt, diese Maximen sind an sich sehr positiv. Wollen wir sie mal durchgehen, Schritt für Schritt und dann einfach mal kommentieren, ob nicht in uns allen vielleicht ein bisschen oder teilweise auch mehr von den Maximen der Rothschilds beziehungsweise dieses Barons Rothschild drinsteckt. Ob das noch heute denen ihre Maximen sind, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat er 17 Punkte aufgezählt. 17 Punkte, die er für wichtig hält, um im Leben erfolgreich zu sein. Wollen wir sie mal nacheinander durchgehen. Ich lese mal die erste durch und dann reflektieren wir das zu uns selbst. Also die erste Maxime wäre, prüfe jede Kleinigkeit eines Geschäfts mit Sorgfalt. Kian, bist du so jemand? Also das ist erstmal, man muss ja sowieso sagen, Leitlinien für Erfolg. Ob es jetzt von den Rothschilds kommt oder von jemand anderem sehr Erfolgreichem, unabhängig davon, was man von den Rothschilds hält, das, was sie geschaffen haben, das erfordert gewisse Hingabe und gewisse Disziplinen und andere gute, nennenswerte Faktoren, die zu Erfolg führen, nicht nur dem Bösen, egal wie böse man, was auch immer sie tun, fair empfindet. Man muss da auch erstmal hinkommen in die Position, dass man das ausführen kann. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so, oh, das ist jetzt böse, weil die Rothschilds sagen das, sondern erstmal hier, prüfe jede Kleinigkeit eines Geschäfts mit Sorgfalt. Immer wichtig, sorgfältig zu sein, ja. Extrem wichtig, ja. Deswegen sind Verträge da, gerade wenn man irgendwann mal wirklich in der Geschäftswelt ist und man macht das nicht und viele Leute machen es nicht und dann hört man, oh, der hat mich übers Ohr gehauen, da. Dann wurde man übers Ohr gehauen, wurde betrogen. Am Ende des Tages ist es so, dass man es nicht mit Sorgfalt geprüft hat. Der eine war rücksichtslos und der andere war ein Trottel. Und deswegen ist es ganz wichtig, jede Kleinigkeit eines Geschäfts mit Sorgfalt zu prüfen, nicht einfach nur direkt eine Unterschrift drunter zu lesen. Da gibt es ja so viele Geschichten. Früher Mike Tyson, als er noch ein Boxer war, wie er, oder Mohammed Ali war es, glaube ich, mit Don King, einem Boxpromoter, der einen furchtbaren Ruf hat, der seine ganzen Leute abgezockt hat. Und Don King hatte damals Mohammed Ali einen leeren Vertrag nur mit einem Strich für eine Unterschrift drunter gesetzt und Mohammed Ali hat wirklich leere Verträge unterschrieben und Don King hat nachher einfach reingesetzt, was er reinsetzen wollte, ja. Deswegen auch hier jede Kleinigkeit mit Sorgfalt zu prüfen, ist ganz wichtig. Der zweite Punkt, sei zuverlässig in allen Dingen. Ganz wichtig, Zuverlässigkeit. Für mich persönlich auch, wenn du Leute hast, die nicht zuverlässig sind, da hast du einfach dann keine Lust mehr. Sei es privat, sei es beruflich, mit denen irgendwas zu machen. Absolut, finde ich auch. Zuverlässigkeit ist super, super, super wichtig. Als Geschäftsmann bestimmt, als Geschäftsfrau bestimmt das deinen Ruf, deine Reputation, die du hast. Zuverlässigkeit, das bedeutet, dass man sich auf dich verlassen kann. Aber auch, dass wenn du sagst, wir machen am Mittwoch, den 16.05., da treffen wir uns und da wird das und das und das gemacht, dass es dann nicht eine Nacht vorher heißt, ups, sorry, habe ich vergessen oder so, sondern du bist zuverlässig. Man weiß, wenn man mit dir was ausmacht, dann kann man sich darauf verlassen. Das ist wie Gold ist das wert. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo die Zuverlässigkeit immer mehr nachlässt in der Masse, die Leute keine Zuverlässigkeit mehr haben. Es ist nicht mehr so wie früher, man hat was ausgemacht, Handshake, man hat sich die Hand darauf gegeben und dann wurde das so umgesetzt. Wer solch eine Gabe der Zuverlässigkeit hat, kommt definitiv deutlich weiter im Leben, kann ich nur sagen. Und man muss sagen, mir persönlich ist Zuverlässigkeit, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wichtiger als Leistungsfähigkeit. Zuverlässigkeit, weil du hast einfach Leute, die teilweise leistungsfähig sind, aber unzuverlässig und behaupten, sie können A bis Z machen und dann kommt es nicht. Wenn du jemanden hast, der zwar weniger leistungsfähig ist, aber immer mit dem, was er sagt, zuverlässig ist, dann bringt dir das geschäftlich deutlich mehr. Absolut, absolut, ja. Also ganz klar, Zuverlässigkeit ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt und etwas, das man auch trainieren kann. Trainiere dich darin, pünktlicher zu sein. Dann trainiere dich daran, zuverlässig zu sein, deine Aufgaben zu erledigen, das zu machen, was du sagst. Im Endeffekt ist Zuverlässigkeit nicht mehr, ein Overperformer zu sein, sondern einfach das zu machen, was du sagst. Wenn du das schon hinkriegst, dann bist du schon ein Overperformer. Also der dritte Punkt, der Maxime des Barons Rothschild, ist, erwäge eine Sache gründlich und entscheide sie schnell. Wahrscheinlich geht es darauf ein, dass man nicht zu lange grübeln sollte, wenn man mal alle Daten vorliegen hat. Ja, die besten Entscheidungen, die trifft man schnell. Die schlechtesten Entscheidungen, da muss man dann ewig noch lange überlegen und ist hin und her gerissen, ist einfach eine Sache, die ich persönlich so aus persönlicher Erfahrung habe. Also wenn du nicht schnell zu einer Entscheidung kommst, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige tatsächlich, in den meisten Fällen sogar. Also wenn du nicht direkt auf den ersten Blick der Meinung bist, okay, das klingt gut, dann meistens ist es dann wahrscheinlich eher so, dass deine Sinne da dir vorhergeeilt sind und Bescheid wussten. Ja, sehe ich auch so und ganz wichtig auch, es gibt manchmal Situationen, da wer lange zögert, da ist eine Chance einfach weg. Die Türe schließt sich. Viele Türen schließen sich, weil wir im Zeitstrahl einfach immer weiter vorangehen und oftmals Leute, die ich weiß nicht, zack und die Chance ist weg. Wenn du alle Informationen, die du brauchst auf dem Tisch hast, dann triff eine Entscheidung und triff sie, bevor jemand anderes sie für dich trifft, über deinen Kopf hinweg oder einfach dir ein Geschäft wegnimmt. Wenn beispielsweise beide ein Angebot geben und du brauchst noch länger, während der andere schon weiter ist, dann ist dieses Geschäft weg. Dann kommen wir zum Punkt Nummer vier. Ertrage deine Sorgen mit Geduld. Ja, die bleibt ja nichts anderes übrig eigentlich im Grunde genommen. Du kannst rumheulen, du kannst ungeduldig sein. Geduld ist auch so eine Tugend, die heutzutage durch das Smartphone, Social Media, Leute immer kurzweiliger unterwegs sind. Sie haben keine Geduld, einfach mal zu warten. Die meisten Leute meditieren eben nicht. Die meisten Leute müssen schnell, 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 es muss jetzt alles laufen. Auch ich kämpfe manchmal damit. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ertrage deine Sorgen mit Geduld. Bedeutet auch, dass wenn du heute besorgt bist, wenn du Angst hast vor irgendwas, wenn es dir nicht gut geht, dann ertrage es, dass dieser Zustand und geh davon aus, dass dieser Zustand sich wieder verändert, dass der besser wird. Geh nicht davon aus, dass alles in den Arsch geht, bloß weil es dir heute mal schlecht geht. Ich habe manchmal auch Tage, wo es mir nicht so gut geht. Einfach durchatmen, weitermachen, Punkte erledigen. Die nächsten Tage werden wieder besser. Ich glaube, das ist damit gemeint. 5. Sei tapfer im Alltag. Sei tapfer im Alltag. Was könnt ihr damit gemeint haben? Gute Frage. Also ich gebe mal meine Interpretation raus. Ich könnte mir vorstellen, einfach auch mutig zu sein. Also oftmals ist es so im Alltag, dass es einen überfordert eine Sache. Und man sagt dann, nee, doch nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich habe doch keinen Bock. Ich habe eigentlich heute Abend gesagt, ich mache das. Nee, ich bin jetzt müde. Tapferkeit ist auch eine Tapferkeit gegen sich selbst oder mit sich selbst. Weiter aufstehen, weiter leisten, auch wenn man vielleicht keinen Bock mehr hat. Im Alltag tapfer sein, mutig vorangehen. Mut ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Den Leuten fehlt es massiv an Mut. Schauen wir doch nun mal nach Deutschland. Keiner geht auf die Straße, keiner hat Mut. Man erträgt einfach alles. Oh Gott, jetzt haben sie das jetzt schon wieder über unsere Köpfe hinweg entschieden. Was machen wir? Gar nichts. Das bedeutet, keinen Mut zu haben. Punkt Nummer 6. Betrachte deine Integrität als höchste Kostbarkeit. Das hat sehr viel zu tun mit sei zuverlässig in allen Dingen. Ich muss sagen, also Integrität in dem Sinne ethisches Handeln dann wahrscheinlich, dass du deine Werte hast. Nein, 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 deine, ja klar, aber deine Integrity ist quasi dein Ruf. Der Ruf, Kiaras Hoseinpur, wenn man darüber, wenn der über die Länder weht schon, dieser Mann macht, was er sagt, das ist kein Bullshit-Talker. Der, der sagte die Wahrheit, der ist real, der hält sich an Abmachungen. Wenn der dir die Hand gibt, dann ist das Gesetz, das ist deine Integrität. Das ist quasi, für was du als Mensch stehst. Und wenn das natürlich Dinge sind, wo alle sagen, krass, dieser Typ, wenn der dir einmal sagt, er macht was, dann macht er was. Und das gilt es als höchste Kostbarkeit zu betrachten. Ich glaube, das ist damit gemeint. Okay, wenn das damit gemeint ist, dann ist das natürlich wichtig, nicht nur in dem Sinne, wie du jetzt gesagt hast, ansehen, sondern auch, ja, in Sachen, würde ich sagen, Loyalität vielleicht. Richtig, genau. Zum Beispiel, der lässt sich nicht verbiegen, ja, du bist nicht ein Fähnchen im Wind, das sind ja alles so Sachen. Du sagst, heute hü, morgen hot, ja, vielleicht so, nee, vielleicht doch nicht, sondern wenn du quasi überzeugt von etwas bist, dann lässt er dich nicht von dem Nächsten dahergelaufenen wieder von was anderem überzeugen. Und das würde dann für deine Integrität stehen, dass man sich auf dich verlassen kann. Ganz wichtiger Punkt, dass Menschen, also das ist mir extrem wichtig, dass Menschen sagen, sie können sich auf mich verlassen, dass ich für meine Freunde da bin und dass, wenn ich gesagt habe, ich mache das so, dann stehe ich auch dazu. So, Punkt Nummer sieben, Lüge nie. Geht in die gleiche Richtung eigentlich, ne? Ja. Lügen zerstören Vertrauen, Lügen zerstören Reputation, all diese Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, ob es eine persönliche Beziehung oder eine geschäftliche Beziehung ist. Deswegen sollte man es auch gar nicht erst machen. Richtig, aber es wird trotzdem von allen Leuten gemacht. Also, wer mir jetzt sagen möchte, er lügt nie. Dieser Mensch muss erst noch geboren werden. Jeder, also, vielleicht Kern, vielleicht bist du der, der jetzt gleich sagt, du hast noch nie gelogen. Aber, also, ich habe garantiert schon in meinem Leben viele Mal gelogen. Und manchmal lügen Menschen auch. Manchmal gar nicht, um jemanden bösartig zu täuschen, weil am Ende täuscht man sich ja nur selbst. Du täuscht dich nur selbst. Wenn du dich vor jemand anderem anders darstellst, als du bist, dann lügst du den vielleicht an. Aber in Wahrheit lügst du dir selber in die Tasche. Weil, wenn du vor dir vor dem Spiegel stehst, bist du trotzdem die gleiche Person. Sehr interessant, das als Maxime des Barons Rothschild zu bezeichnen. Denn wer sich mit der Familie Rothschild schon mal beschäftigt hat. Ja, Punkt Nummer sieben, interessant. Punkt Nummer acht. Unterhalte keine sinnlosen Bekanntschaften. Das ist ein, finde ich, sehr interessanter Punkt. Genau, du hast ja dieses Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Da muss man einfach, man kann Beziehungen wählen, die einen bremsen. Und man kann Beziehungen wählen, die einen dazu fördern, dass man persönlich wächst. Dass man sich entwickelt. Und dass man dieses persönliche Wachstum und diese Entwicklung fördert. Und dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig. Richtig, absolut. Das ist super wichtig. Das ist ja das, was wir schon mal ganz am Anfang unserer Podcast-Zeit, einer unserer ersten Podcasts, die wir gemacht haben. Da haben wir gesagt, dass es sehr wichtig ist, dir die Freunde auszusuchen, mit denen du zusammen bist. Und dass, wie ich meine, Menschen, die dich nicht weiterbringen, das ist aber nicht aus der rein egoistischen Sicht, sondern wirklich Menschen, es gibt auch Menschen, die ziehen dir Energie, Energiefresser, die dich zurückhalten, die immer nur negativ sind, die das Schlechte in dir sehen, die nicht vorankommen im Leben, die aber auch nicht vorankommen wollen. Schneide sie wie mit einer Schere aus deinem Leben raus. Und das geht hier mit ein. Nein, unterhalte keine sinnlosen Bekanntschaften. Leute, die einfach nur bla bla bla, wo du dich danach denkst, Alter, was habe ich mir hier für eine Scheiße angehört, eine Stunde lang. Das ist der Punkt Nummer 8. Kian, Punkt Nummer 9 finde ich auch sehr wichtig. Versuche nie besser zu scheinen, als du bist. Also dich besser zu machen, als du bist. Ich glaube, etwas Problematisches bei Menschen, die versuchen immer besser zu sein oder besser zu scheinen, als sie sind, ist, dass sie wahrscheinlich ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein haben. Die haben wenig Vertrauen in sich selbst. Die haben wenig Selbstvertrauen, weil das, was sie sind, scheint ja nicht auszureichen. Und im Grunde genommen auch hier ein weiterer Punkt, der die Glaubwürdigkeit dieser Person in meinen Augen einfach dann maximal schädigt. Also für mich sind Leute, die dann so tun, als wären sie sonst was. Ich mag es, wenn Leute einfach authentisch sind und das sind, was sie sind und dahinter auch stehen. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist ein sehr, sehr seltenes Gut, dass es wirklich solche Menschen zu treffen. Und das ist auch keine Geldfrage. Es gibt sehr viele vermögende Menschen, die trotzdem versuchen, etwas anderes darzustellen, als sie sind. Ich würde sogar sagen, die allermeisten Menschen versuchen, tragen irgendeine Maske. Und manchmal nehmen sie die Maske kurz runter, aber dann geht die Maske schnell wieder hoch. Und das sind seltene Momente, je nachdem, wie viel Selbstbewusstsein und Selbstwert du in dir trägst. Also wie viel Wert tust du dir selber zusprechen. Da musst du nicht sagen, dass dein Schwengel 20 Zentimeter ist, wenn er nur 15 hat. Das machen eben Leute, die versuchen, sich größer zu machen, als sie eigentlich sind. Und das ist so, weil sie einen geringen Selbstwert haben. Sie denken selber nicht, dass sie es wert sind. Punkt Nummer 10. Jetzt sind wir bei Punkt Nummer 10. Bezahle deine Schulden ohne Verzug. Interessant, dass hier überhaupt die Rothschilds Schulden haben. Eigentlich sind doch die, die die Schulden aufnehmen von anderen Welten. Ich weiß gar nicht, wie du auf so eine Idee kommen würdest. Ja, wenn man hier von Schulden spricht, immer wichtig auch hier Zuverlässigkeit, dass man da überhaupt, wenn wir das jetzt mal so als Hebel bezeichnen. Es gibt ja viele Leute, die nehmen Schulden auf, um das Ganze als Hebel zu nutzen, Unternehmer größtenteils. Da ist dann wichtig natürlich, dass du dann zuverlässig bist, dass du deine Schulden zahlst. Absolut, absolut sehe ich genauso. Also der Spruch ist komplett richtig. Ich bezahle deine Schulden ohne Verzug. Jeder hört es doch und jeder kennt auch die Geschichte. Man hat mal jemandem Geld geliehen oder so. Und dann hat man, erstens hilft man der Person und dann hat man auch noch die Mühe, dieses Geld wieder zu bekommen und hat einen Ärger. Hatten wir wahrscheinlich alle mal irgendwie gehabt, diese Situation. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe sogar, ich gehe so weit heutzutage, dass ich, das klingt jetzt vielleicht wirklich krass, aber wenn einer meiner Freunde wirklich ein Problem hat und der fragt mir nach Geld, dann schenke ich ihm dieses Geld. Weil ich sage mir, dass diese Situation, jemandem Geld zu schulden, ist für beide eine belastende Situation. Und ich würde mich dann freuen oder so, angenommen, der zahlt mir das irgendwann wieder, aber ich habe mich wirklich schon verabschiedet, wenn ich das mache. Warum? Weil es eben oftmals so ist, dass es dann eine Problematik reinbringt mit dem Zurückzahlen, weil eben diese Thematik, bezahle deine Schulden ohne Verzug, da kommt irgendwas, was weiß ich, die Leute haben es nicht im Griff, da gibt es so viele Probleme. Deswegen, das ist immer ein unschönes Thema, Schulden im Allgemeinen belasten einen Menschen. Klar, es gibt auch Leverage. Ich hatte auch mal einen Kredit bei der Bank, ich glaube, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, um mir dafür Aktien zu kaufen und so, alles gut gelaufen, wunderbar. Und trotzdem immer pünktlich zurückzahlen, hat wieder ganz viel mit Integrität zu tun. Dann, Punkt Nummer 11, Kian, meide starke Schnäpse. Also, auch wieder in Sachen Rothschild, dann kommen wahrscheinlich, wenn sie zu viel Alkohol trinken, die Lügen raus, die sie nie lügen. Spaß beiseite, aber es ist ja nicht gut für den Körper, es ist nicht gut für deine Konzentrationsfähigkeit, für deine Arbeit danach und alles im Grunde genommen. Du greifst alle deine Organe gleichzeitig an, warum solltest du das machen? Genau, richtig. Und auch, wenn du das psychologisch siehst, in vino i veritas, im Wein steckt die Wahrheit, so auf Lateinisch. Und oftmals, wenn wir das ja sehen, wenn ich beispielsweise Informationen von jemandem extrahieren möchte oder so, so wurde das ja früh oft gemacht, dann hat der eine, die haben sich beide immer angestoßen, und so, der eine hatte Wasser oder irgendetwas nicht Alkoholisches in seinem Getränk, der andere hatte einen starken Schnaps oder hatte einfach viel getrunken und irgendwann kam er ins Reden, ja, Menschen werden redselig, sie haben sich nicht mehr unter Kontrolle, wenn sie viel trinken. Und ich denke, das geht da überein mit meidestarke Schnäpse. Versuche dich unter Kontrolle zu haben, denn Informationen werden sonst preisgegeben. Du sagst Dinge, die du vielleicht nicht sagen möchtest. Du zeigst dich auf eine Art und Weise, wer kennt das nicht auf der Firmenfeier, oder wo der eine völlig außer Rand und Band irgendeinen Scheiß macht und Jahre später lachen alle noch drüber oder es wird noch schlimmer, ja, meidestarke Schnäpse. Zwölf, Carpe Diem, nutze deine Zeit. Sehr, sehr wichtig, Zeitmanagement, effektiv seine Zeit zu nutzen, hat man mehr Produktivität und am Ende mehr Erfolg, ja, ganz wichtig. Ja, super wichtig, kann man auch nur so sagen. Die Zeit verrinnt so extrem schnell, jeden Tag ist ein Tag weniger im Leben eines Menschen, deswegen nutzt eure Zeit, also wollen wir sie auch nutzen. Punkt Nummer 13, sei höflich zu jedermann. Ich finde, es hat auch viel mit Charakter zu tun, wenn man nur höflich zu Menschen ist, bei denen man in irgendeiner Weise einen Mehrwert sieht, weil Höflichkeit und ein Grundlevel von Respekt hat etwas, nichts damit zu tun, ob man jetzt irgendwie aus irgendwelchen Beziehungen, was ja früher genannt wurde, das Maximum rausziehen muss, sondern etwas mit Charakter zu tun und auch wieder Integrität. Und wenn ich zum Beispiel jemanden neu kennenlerne und ich merke, der ist sehr unhöflich zu einem Kellner oder sonst zu anderen Menschen, dann denke ich mir nur, okay, der ist gerade nur höflich zu mir, weil er irgendwas von mir will, aber sonst, das ist das, wie er wirklich ist und mit den Personen will ich dann einfach nichts zu tun haben. Unterschreibe ich eins zu eins, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, gerade wer zu Dienstpersonal oder so unhöflich ist, der ist bei mir gleich in einer Sekunde unten durch, egal wer es ist. Punkt Nummer 14, sei nie ohne Hoffnung. Ja, Hoffnung bewahren hilft. Optimismus hilft, Herausforderungen, größere Herausforderungen zu meistern und seine Ziele zu erreichen. Da ist Optimismus manchmal und Hoffnung das Einzige, was man hat, deswegen sollte man es haben als nicht haben. Ganz richtig, ganz wichtig, Hoffnungslosigkeit bedeutet, man hat aufgegeben, man hat sich selbst auch aufgegeben. Der, der hinfällt und keine Hoffnung mehr hat, dass er beim nächsten Mal aufstehen weiterläuft, der kann gleich liegen bleiben oder der bleibt liegen. Die meisten Leute bleiben liegen und stehen nicht wieder auf, also metaphorisch gesprochen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer die Hoffnung zu behalten. Immer, ganz wichtiger Punkt, auch Glaubenssätze, das da reinzuschreiben. Ich bin immer hoffnungsvoll, ich bleibe am Ende immer positiv. Ich motiviere mich stets neu. Das ist einer meiner Glaubenssätze. Ich motiviere mich jeden Tag neu. Punkt Nummer 15, wir kommen auf die letzten drei zu, Kian. Trachte danach, vorwärts zu gehen. Ja, vorwärts zu streben, Weiterentwicklung, Wachstum, wichtig. Genau, nicht stehen bleiben. Vielleicht dazu einen Satz. Ich erinnere mich mal vor vielen Jahren, ein Freund von mir, der hatte eine Firma geerbt von seinen Eltern. Recht große Firma. Und der hat mir dann immer gesagt, weil das so eine Last für ihn war, hat er mir immer gesagt, Philipp, weißt du, mit mir, ich bin schon total glücklich, wenn es einfach nur so bleibt, wie es ist. Wenn es einfach nur so bleibt. Also sie haben viele Millionen Umsatz gemacht. Und für ihn war einfach dieser Gedanke, ich habe Angst vor dem Risiko. Ich habe Angst davor, irgendwas könnte schief gehen mit diesem Riesengebilde, das ich da jetzt habe. Ich will einfach nur, dass alles so bleibt. Das ist ein Gedanke, den hat man schnell. Aber Stillstand ist Rückschritt. Und das ist da auch so. Wenn du nicht versuchst, nach vorne zu kommen, wird es nach hinten gehen. Das ist ein Naturgesetz. Genau, damit alles so bleibt, wie es ist, musst du dich nach vorne bewegen. Da gibt es auch ein lustiges Video von Casey Neistat. Kennst du vielleicht das Video? Das ist ein sehr, sehr kurzes Video. Da sagt er, life is like a, da ist auf so einem Laufband, was in Flughäfen ist. Du kennst ja diese Laufbänder, wo dann die gerade sind, wo du dann schneller bist. Und er läuft langsam auf dem Laufband. Und dann bewegt er sich nicht nach vorne, sondern er ist da, wo er ist, weil er läuft in dem Tempo, in dem das Laufband halt ist. Ja, richtig, genau. Und wenn er aber aufhört zu laufen, läuft er nach hinten. Das heißt, wenn du pausierst, du musst nach vorne gehen. Du musst dich bewegen, um nach vorne zu kommen. Und du musst dich sowieso bewegen, um überhaupt auch den gleichen Stand zu gewahren. Nächster Punkt, Philipp. Punkt Nummer 16, auch ganz wichtig. Verlasse dich nicht auf den Zufall. Eigenverantwortung übernehmen, würde ich sagen. Zufall ist ein Konzept. Glück ist ja, habe ich auch letztens im Video dazu gesehen, Glück ist ein psychologisches Konzept. Denn wenn wir beide im Krieg sind und du bist in einem Auto und da ist eine Bombe hochgegangen und du hast deinen Arm verloren, dann könntest du sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich nicht in dem Auto war. Aber du kannst auch selber sagen, ich habe Glück gehabt, dass nur mein Arm weg ist und nicht ich komplett tot bin. Das heißt, das ist ein psychologisches Konzept. Alles andere sind Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind mal höher, mal geringer. Das ist ein mathematisches Konstrukt. Und dementsprechend sollte man sich nicht auf solche Dinge wie Zufall und Glück verlassen, sondern planen, Eigeninitiative übernehmen und damit dann die Chancen auf Erfolg erhöhen. Ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Viele Leute haben ein kleines Minisegelboot, wo nur ihr drauf seid, so kleine Dinger, die auf dem Bodensee rumfahren, mit einem Segel und die haben ihr Segel drin. Das Wetter entscheidet, in welche Richtung sie getrieben werden. Entweder sie werden mit der Strömung abgetrieben, sie lassen alles dem Zufall, man sagt dem Schicksal, ja, das Schicksal wird entscheiden über mich und so. Dann wird jemand anderes oder etwas anderes über dein Leben bestimmen, so wie es mit der Mehrheit der Menschen ist und wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch immer stärker wird. Das mächtige Institutionen werden einfach über die Masse bestimmen. Außer du nimmst dein Leben selbst in die Hand und überlässt es nicht dem Zufall, nicht jemand anderen und planst es selber. Das ist möglich und da kann ich jeden nur dazu aufrufen, das auch zu machen. Kommen wir zum finalen Punkt, Punkt Nummer 17 des Maximen, der Maximen des Barons Rothschild. Arbeite hart und du wirst deinen Erfolg haben. Absolut wichtig. Fleiß, hartnäckig arbeiten und Durchhaltevermögen haben sind, würde ich sogar sagen, Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Man wird auf jeden Fall seinen Erfolg kriegen, wenn man Durchhaltevermögen hat und arbeitet hartnäckig, dranbleibt. Ja, ich denke, wenn man vor allem die 16 Punkte, die wir davor besprochen haben, wenn man die einhält, wenn man Integrität hat, wenn man zuverlässig ist, wenn man dazu dann auch noch Hoffnung hat, nicht jammert, du bist ein zuverlässiger Typ, andere Menschen wissen, du arbeitest hart, man kann sich auf dich verlassen, dann, also ich will dich in meiner Firma haben, sofort. Abonniere sofort und melde dich bei uns. Also ich kann es nur so sagen, wer diese Maximen besitzt, der ist auf der ganzen Welt ein sehr, sehr gefragter Typ und für junge Leute, wir hatten es ja im letzten Podcast gesagt, Kian, was würden wir unserem 18-jährigen Ich empfehlen? Diese 17 Punkte, alle auf jeden Fall. Wer 18 ist jetzt neu und sagt, ich will wirklich was aus meinem Charakter machen, ich will mich wie im Fitnesscenter die Leute ihren Muskeln oder an ihrem Körper schmieden, so kann man auch an seinem Charakter arbeiten und wer diese Punkte einhält, der ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser unterwegs in der Gesellschaft als Leute, die keine Maximen haben. Würde ich auch so sagen, hat wahrscheinlich auch relativ wenig mit den Rothschilds zu tun, weil wir haben ja gesehen, da sind ein paar Punkte dabei, die keinen Sinn ergeben, aber wer weiß auch, ob inwiefern das jetzt den Wahrheitsgehalt hat, ob das von den Rothschilds kommt oder nicht oder wer das jetzt hier zusammengeschrieben hat, deswegen einfach würde ich sagen, gute Bleitfäden Maximen für persönlichen Erfolg und für Wachstum und Entwicklung. Ja, fand ich sehr interessant, schreibt das gerne mal rein, ob euch das auch gefallen hat, einfach mal Grundwerte zu besprechen. Ist immer wieder wichtig, sich das auch selbst immer wieder zu wiederholen und darüber nachzudenken, was eigentlich vielleicht als selbstverständlich gilt, das ist es aber nicht, es ist vor allem in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr selbstverständlich, solche Werte zu haben. Werte sind ganz, ganz wichtig für das Leben und die geben ein Korsett, ein Wertekorsett, das einen selbst auch aufrecht hält. So, mein lieber Kieran, war sehr, sehr interessant wieder heute, hat Spaß gemacht und ja, war schön. Bis zum nächsten Podcast, montags, freitags, 19 Uhr und wir sehen uns dann. Ciao.